Ja, hier ist, glaube ich, eine Eikersmöhle, oder? Ja, da gehe ich jetzt noch. Habt ihr schon so eine Gegend, wo welche spawnen? Oder oh! Hm, ich weiß es nicht. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ja, Alex meinte, dass sie ihn schlupfen zu spawnen, aber ich habe noch überhaupt keinen Peil. Ja, hat man immer, wenn man anfängt gerade wieder zu spielen. Ich habe vor zwei Jahren oder so meinen Kopf gezockt. Ich habe gerade auch Saul gespielt. Ja, ich habe ihn jetzt wieder angefangen. Oh, hier ist schon mal ein Huhn, das ist schon mal gut. Stirb. Ja, bestes Aiming hier. Call of Duty Aim natürlich. Oh, was ist das für ein Baum? Der hat so rote Punkte. Äh, weiße Punkte. Rote Blätter. Special Baum oder so? Ist das nicht? Ich glaube, das ist so ein Riesenpilz. Ja, das ist ein Pilz. Ja, okay, das ist ein Pilz, ja. Das ist ja Sandstein. Mal geil, die habe ich noch nie gesehen, so Riesenpilze. Aber es ist auch so ein Sumpfgebiet, wo wir sind, oder? Bitte? Es ist auch so ein Sumpfgebiet, wo wir hier sind, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Wir haben doch selber noch nicht so viel drauf gespielt. Wie viele Folgen habt ihr schon hochgeladen? Sieben, ne? Heute habe ich glaube ich die siebte gesehen. Ja. Die Achte musste leider ein bisschen länger warten, weil ich heute nicht dazu gekommen bin, die abzulocken. Und heute ist es einfach zu spät dafür. Ja, dann machst du einfach wow, oder nicht? Naja, dafür kommen morgen zwei raus. Ja, dann muss man nur sagen, wenn ich jetzt die hier hochladen soll, ne? Ja, das mache ich schon. Du hast keine Ahnung. Das Wendern zum Beispiel, da wollte er mich einfach angeben. Bei mir dauert das 20 Minuten, das ist voll okay. Du müsstest das mit den Shedern, weil die erstmal hinkriegen. Dann müssen wir vorbei kommen. Voll der Buggy Shit, dass das bei mir überhaupt nicht geht. Oh, ich hasse. Ich muss das nicht unbedingt haben, weil sie mich stört. Das sieht ein Hammer Premium aus. Ja, das kann wirklich sein. Ja, hast du auch schon gesehen. Du hast den ja selber umgestellt, weil ich das mitgeschickt habe. Ja, schon. Ich muss den ein wenig überzeugen. Also ich habe jetzt schon mal sechs Hühnchen. Ja, ist okay. Und zwei Eier, aber ich glaube, die bringen nicht so viel. Da kann man damit Hühnchen züchten. Okay, hier ist nicht so viel Action los anscheinend. Jetzt Kies, aber... Ich finde es richtig prima, dass die Blätter sich so bewegen. Oh, okay. Das wird los. Dennis, du sammelst noch Ton oder was noch so? Ich baue gerade schon mal ein bisschen vom Dach, aber... Okay. Ja, weil ich finde eh nicht so gut Ton. Das ist scheiße. Das ist schwer. Ja, Ton zu finden jetzt echt kacke. Schwierig. So, jetzt falle ich hier das... Oh. Okay. Ich finde jetzt hier ganz viele Schafe, ne? Vorhin in der anderen Welt, wo ich Schafe lieb habe, finde ich kein einziges Schaf. Und jetzt laufen wir jetzt so 5.000 wieder rum. Stirb. Ja, so ist das halt, ne? So, ich werde mir jetzt mal einen geeigneten Berg suchen und anfangen zu graben. Was machst du? Ich werde jetzt anfangen zu graben. Ja, wir brauchen Eisen, wir brauchen Kohle. Hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, ich bin nicht weit unter der Erde, aber ich muss es in meinen Arm sehen. Oh, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn. Mach's platt, mach's platt. Ja, ich sehe. Hühnchen, ja. Oh nein. Tot. Ja, hoffentlich schlachtest du keine Pferde, aber das ist voll gruselig. Oh, guck mal einmal nicht auf dem Fernseher, da steht schon 1.0. Bitte was? Da steht schon 1.0 für Argentinien. Meinst du jetzt für... Für Argentinien, ja. Für Bosnian-Herzegowina. Für Argentinien. Oh mein Gott, Alter, das war Ironie von mir. Er hat gefragt, steht schon 1.0 für wen, als ob Bosnian-Herzegowina ein Tor macht. Er versteht's voll nicht, oder? Also, jetzt haben wir ihn getrollt und er versteht nicht. Ich glaub, das wird lustig hier. Oh, okay, Punkt. Ah, Dennis kommt mal mit in die Höhle. Ja, mit SDRG kann man hier rein suchen, das ist praktisch. Ja, komm ich. Wo bist du denn? Kannst du mal genau um den Bogen sehen, oder was? Ich komm zum Haus zurück. Schafe. 2, 4, 6, 7, 8 Schafe, 9, 10 Schafe hier. Bist du sicher, dass ich dich nicht sehe? Ich seh dich auch, Mann. Siehst du aus wie King Arthur, Alter. Mit der goldenen Mütze, äh, mit der goldenen Mütze, hab ich gesagt, guck, ist das mal eingegangen da? Da ist ein Schwein, da ist ein Schwein! Schwein! Oink oink! Ja, das kostet Schwein nimmt gerade auf. Ey, du kennst dich schon so lange und dann sagst du sowas Gröses zu mir. Achso. Ähm, bist du noch im Haus, Dennis? Ja, ne? Ja, ich hab ja schon einen ganz kleinen Teil vom Dach gemacht. Jetzt muss irgendwo da, muss es doch ein... Wart geben und gut... Ja, es gibt irgendwo richtig... Äh, wie viel Essen hast du jetzt, Marco? Was hast du so angesagt mit der Zeit jetzt? Äh, ich... Also ich hab jetzt gar nichts mehr. Fünf Fühnchen und zwei rohes Schweinefleisch. Okay, ich hab sechs Fühnchen, das reicht erstmal, oder? Oh, und ich hab, äh, noch ein Fühnchen. Das ist gerade hier gespawnt. Sehr schön. Das Problem ist... Also ich hab gar nichts, das ist das Problem. Haben wir nicht Weizen angebaut? Das können wir doch in den Boden bleiben. Haben wir Weizen angebaut? Das hab ich doch in einem Video gesehen. Ja, das haben wir. Ist hinterm Haus. Ich mach dir gerade noch was. Ja, ich baue mal das Weizen ab, was schonmal fertig ist hier. Wenn man sehr viel Hunger hat... Ich glaub, ab einem Viertel kann man nicht mehr sprinten, ne? Ja. Um Hunger zu vermeiden, halt mich angreifen oder sowas. Sprinten. Das verbraucht sehr viel. Ah, fuck. Das war natürlich direkt ein Skelett vor mir, oder? Das hat richtig gemacht. Ich hab jetzt hier mal ein bisschen was gesammelt. Das kannst du gleich haben, Dennis. Ja, wer stellt denn hier die Schafe, Alter? Wir müssen ja nur ein bisschen Eisen und Kohle jetzt gleich finden. Wenn wir das schon gefunden haben, dann direkt wieder raus. Ich hab Kohle. Ja, wir haben... Acht Kohle vielleicht. Acht. Wo bist denn du jetzt? Seid ihr im Haus? Ja, ich bin im Haus. Ich mach dir das anders. Ich äh, ich pack mal kurz... Ich pack mal kurz... Ich pack mal kurz Hütchen. Aufsache schon 20 Obsidien haben. Ja, voll unnötig. Braucht man hier nicht viel Kohle für, ne? Den packen wir nicht. Ne. Nicht so viel. Eier. Leiße Wolle. Neunfalls musst du einfach Holz verbrennen. Dann kriegst du auch Kohle. Echt? Ja. Wieso sagt mir das keiner? Ich bin voll der Luke. Du kriegst... Du kriegst... Du kriegst Holzkohle. Kannst du dir machen? Ja. Kann man die auch in den Ofen benutzen? Ja, du musst... Ja, klar kannst du. Das geht gar nicht. Wie macht man das denn mit Holz verbrennen? Du musst glaube ich... Nein, mach das jetzt nicht. Wir sammeln doch jetzt gleich. Ja. Naja, aber du musst irgendwie glaube ich... Na egal. Egal. Gut. Hast du dir wieder direkt angepflanzt? Ja, hast du. Ja. Ich baue aber ein paar Facken. Na klar. Gibt es ja auch was zum Mampfen jetzt hier? Da fünf Föhnchen. Da ist nix. Da ist auch nix. Noch ein Hühnchen. So, das reicht glaube ich erstmal. Naja, ich hab... Ich hab ja noch was für dich. Ja, aber wir sind ja nicht zehn Jahre untertage. Ich hab reißen. Wieso hab ich reißen in der Hand? Ich glaube ich den Zweifel. Dann lass mal los. Also ich bin vorm Haus. So, jetzt ist es schon wieder nach. Ich bin hinter dir. Oh, die Tür ist ein bisschen buggy. Guck mal, die Tür ist buggy. Ist die bei euch auch buggy? Aber jetzt nicht mehr. Nein. Da ist dein Fleisch. Jetzt hat es gerade bei Ronald ausgesammelt. Sorry, Bro. Weihnachtsfünf? Ja, ne? Keine Ahnung. Ich glaube da war auch was von mir bei. Ja. So, dann wollen wir mal. Ja, das ist voll geil mit Shaders. Wie gesagt, bei jedem Shader. Wenn du eine Fackel in der Hand nimmst, spätest du dir Licht. Das heißt, du kannst praktisch mit einer Fackel irgendwo fahren gehen. So lange du natürlich den Weg zurück findest. Sorry. Da ist noch ein Skelett. Irgendwas mampfen. Oh, 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 oh. Ne, das machen wir nicht. Jawoll. Jetzt ein bisschen Zombies schlachten und so. Ah, Creeper, Creeper, rechts von dir. Hörtschmo. Du rennst genau nach. Okay, jetzt geht er hoch. Der wird nicht. Der hat sich gerade aufgebläht. Wieso ist er nicht hoch? Oh, wenn Alex nicht dabei ist, dann... Au! Okay, irgendwie hat mich jetzt noch geschlagen. Was willst du ja sonst gegen Alex sagen? Ich wollt sagen, immer wenn Alex dabei ist, wird Anna geschlagen. Achso. Das ist doch auch so. Da hinten ist ein Enderman. Wow. Ich will den angucken. Ich will den angucken. Irgendwie... Oh, das sind zwei Stücks, oder? Oh. Man kann die Pass nicht angucken. Pass nicht angucken. Pass nicht angucken. Achtung, hier ist noch einer. Wow. Noch einer. Shockwave weiter. Habt ihr schon mitbekommen, dass ein neuer Transformer rauskommen soll? Ja. Ja. Der Trailer war richtig behindert, ey. Also der Trailer sieht immer geil aus, aber ich fand dieses... Dass der der Optimus Prime auf so'n Pferd... Also auf so'n Saurier fährt, so quasi, haltet. Naja. Voll behindert. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Ach, es geht noch aus der Sonne, Alter. Du siehst schon mal weg. Aus der Sonne. Why didn't matter. So, Dennis, wir graben uns jetzt hier einfach ein. Gucken wir das. Da hinten war ne Hülle, ne? Also, Achtung, Creeper. Creeper. Da hab ich schon mitbekommen. Wow. Ich glaub auch. Oh. Enderman oben nicht... Ich hab ihn angeguckt, glaub ich. Ich hab ihn nicht gesehen. Ah. Dieser Homo, Alter. Äh, Skelett. Skelettern. Skelettern. Lass uns aber jetzt schnell hier einbuddeln. Oh, Homie, Homie. Ja. 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 Schießballbefeier hier. Bitch. Okay. Wo bist du denn jetzt, Marco? Unten hat sie noch einen Fuß. Oh, bei euch ist das grün, wenn die Lastie voll ist und dann noch hoch springt. Hammer geil. Hast du denn, äh, Fackeln? Ich hab Fackeln. 24. Okay, dann gib uns die mal bitte. Hab ich nämlich voll vergessen. Ich geb dir die Hälfte oder so. Ich brauch welche. Und ich geb dir alle bis auf eine. Dann kann ich nämlich mir selber leuchten und hab dir noch Fackeln. Fuck. Eine bräuchte. Jetzt hab ich alles zu viel ausgetan. Du kannst einfach einmal mit Q. Ja, ich musste die erstmal aufsammeln. Naja, jetzt hier ist voll geil. Ich spende mir selbst Licht. Weil bei dir funktioniert das nicht, oder Marco? Oder hast du aufgefallen? Ja, aufgefallen hab ich. Aber damit geht das nicht. Ich glaub, das ist mit Shaders eingeführt worden. Ja, ich muss das erstmal bei dir machen. Könnt ihr aber in den Laden schmeißen oder so? Ne, ich kann in den Laden schmeißen. Du hast eine bessere Internetleitung, ne? Ja, hab ich. Beide ist einfach nur mindern. Auf welcher Höhe ist nochmal Eisen? Achso, 10 und 11 ist Diamant. Ich fahr jetzt mal bei dir. Oder 10 und 11 ist Diamant. Ich fahr jetzt mal bei dir. Ja, irgendwie 9 bis 15 Uhr oder so. Da kann man gut Diamanten fahren. Weil ich glaub, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bausche euch, fang schon mal an. Oh. Fällt nicht schwer zu euch. Am besten ist eh, wenn wir jetzt in der Höhle gleich irgendwann fahren. Finden sollten. Tricky Shit. Tricky Shit. Hallo. Geht doch. Wie gesagt, wir haben dich auf Abnäse besucht. Ähm, keine Ahnung. Weil es jetzt schneller geht manchmal. Manchmal. Nimm jetzt schon mal Kohle. Einen neben dir. Nimm ich mal mit. Ja. Hier ist Eisen. Ich baue Eisen ab. Dann brauchst du Eisen immer. Ey, bist du jetzt auch mit hier drin? Ich bin neben dir. Ich muss gerade hinter dir. Ich dachte, du sollst essen. Hab ich doch schon. Ja, aber das reicht doch nicht. Ja, nachts ist das so ein bisschen gruselig. Also, wieviel ist das ein bisschen unnötig, da rauszusuchen. Willst du hier nicht einen Block noch hinbauen? Du meinst das Treffen. Wenn man nachts sucht, ist das ein bisschen kacke, finde ich. Ich sag's. Ja, gleich ist eh wieder Tag. Äh. Höhle. Jo. Ne. Geil. Warum ist denn hier ein Pferd? Schlucht. Geil. Ah, sehr geil. Eisen. Du hast voll das coole Pferd. Das will ich auch. Nein, sehr geil. Ich hab aber schon ein Pferd. Ja, warte mal. Also Marco, nicht in Lava springen diesmal, ne? Keiner von uns. Ach, ach, ach. Das ist doch gerade der Richtige. Ich hab gesagt, keiner von uns. Wir wohnen heute schon oft bei Lava. Also wir haben versucht zu schwimmen, aber es hat nicht funktioniert. Okay, warte mal. Ah. Guck auch nochmal. Sagt... Sagt mir hier keiner, dass hier eine Spinne ist und ich hab nur noch anderthalb Leben. Das können wir noch nicht wissen. Doch. Müsst ihr sogar wissen. Oh, Entschuldigung. Ehm. Fack auf. Das hab ich jetzt nicht bedacht. Aber ich hab mich seit dem nicht auf. Fack. Ich hab dich Sticks mit. Dann wäre ich jetzt ein paar Fackel machen, ja. Hast du Sticks dabei? Na ja. Warte. 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 Kohle. Kohle ist auch... Ah, Eisen. Na, jetzt wird's... Jetzt wird's interessant. So. Hab ich jetzt nochmal ein bisschen... Meine... Eine Eisen-Pigaxe ist gleich schon Schrott. Das ist doch kacke. Weil... Oh, ihr seid mir gefolgt. Ja, ja. Oh, hier ist noch mehr. Ja. Du bist der Spieler. Ja. Danke. Woll ich schon immer mal sein. Oh. Nicht, dass ich... Also ich bin kein Nazi. Ja. Mach das. Hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und Eisen. Oh, ich bin schon wieder Level 6. Und es geht eigentlich voll schnell, wenn man abbaut. Ja, ich kann schon Level 8. Ich bin Profi. Ah. Ja. Wow. Er hat irgendwann mal Eisen geklaut. Haha. Geil. Wir haben zirblicherweise dann gleichzeitig gegraben. Hier ist jetzt noch Kohle. Ja, Kohle, 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 Kohle. Es ist ganz viel Kohle. Alter, was... Boah, das ist ein Riesenader. Daran werden wir satt. Hast ich keine Kohle nicht gegessen, du? Ich wollte schon immer Kohle probieren. Schmeckt glaube ich nicht so lecker. Ist bestimmt ein bisschen trocken. Mhhh. Könnte möglich sein. Soll ich schon mal Films dabei? Ja. Ob ich hier nochmal rausfinde, das ist hier so ne Sache. Ich bin einfach mal ein bisschen weiter gelaufen, weil's hier so gott interessant wird. Alles klar. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Weil hier geht's schon wieder raus. Ah, ich hab noch ein bisschen Kohle. Also da wo ich bin, geht's auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ja? Ja, warte mal auf mich. Die paar hier müssen... Oder hilf mir mit dem Girl Review. Ich hab schon ein bisschen flink gefunden. Niesmal ein bisschen Eisen. Aber das wird diesmal auch, diesmal ne deutlich kürzere Aufnahmesession. Also letztes Mal hab ich ja mit Alex und Sascha, äh, ne echt richtig lange, äh, Aufnahmesession gemacht. Ich hab mir mal gar nicht gesagt, warum Sascha nicht dabei ist, ne? Nja, der ist leider, äh, verhindert, aus zeitlichen Gründen. Und du hast auch recht gesagt, wie ich bin. Doch, hab ich. Ja, das ist mein Name gesagt. Ja. Du kannst deinen, äh, real life Namen doch selber sagen. Nein, das meine ich nicht. Ja. Das hast du vergessen. Achso, dass du unser, äh, Grafikdesigner bist. Ja. 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 Ich hab das, äh... Aber das müsste ja jeder, äh, beziehungsweise das heißt jeder. Ja, steht mein Name halt drauf, ne? Das muss man ja wissen, da stehst du ja mit drauf. Ja, das stimmt aber. Dennis muss ja auch noch mit draufschreiben. Ach, muss ich nochmal dran machen? Ja. Ja. Ich glaub ich hab das, während ich meine Facebooks aufbreitet hab, gelischt. Dann muss ich schon mal dran machen. Egal. Das, das ist gut. Ja. Ich hab's aber glaub ich noch. Ja. Wenn der Lass aber im Unfall war, ist er ja selber nochmal. Echt? Ich muss es eh, ich hab's eh noch. Ich verrate immer alles, was ich... Ich hab sogar noch die letzten Aufnahmen noch von, von, äh, von Minecraft. Hab die eh alle behalten. Also ich will... Obwohl die eigentlich schon draußen sind. Siegen Flint. Wo musst du hingegangen jetzt? Ist schon, ist schon gut, ist schon zu Ende. Äh, ich bin über dir. Scheiße! Was ist los? Guck mal, wie ich hier hab' hingefallen. Ich bin hingefallen. Kohle. Oh ja, ganz viel Kohle. Äh, deine Kohle. Ich auch. Ich, ich glaub an Kohle, äh, Kohle kriegen wir genug, weil ich bin hier grad an so einer Ader. Das ist unfassbar grad. Oh Gott. Ja, das sieht hier mega schwarz grad aus. Das klingt gerade voll scheiße. Äh, Alex hat auch vorhin erst ein schwarzes Gläpp getötet, ne? Alex ist Rassist und sag das. Ach Quatsch. Warum glitzert das so geil hier? Achso, die Sonne kommt wieder raus. Ja. Kohle und Eisen. Geil. Schon das zweite Mal, dass Kohle und Eisen direkt nebeneinander sind. Bei mir auch, Carla. Oh, hier ist Eisen. Es lohnt sich immer Gravel abzubauen. Ein Hund ist ich. Ich mag Gravel nicht so. Also, für Wegebau ist das ganz geil. Da verwende ich ungern so Cobblestone, äh, aber, äh, ansonsten benutze ich Kies eigentlich gar nicht. Ich mag Gravel. Och, hey. Oh, hier hat jemand ein Kohlestück vergessen. Einfach mal mit einsammeln. Ich find grad richtig viel Flint, Alter. Das ist super. Ey, das ist echt wirklich gut, wenn wir dann irgendwann mal wieder einen Bogen haben. Na, wenn. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ne, ne? Ne, glaub eher weniger. Ne, die Schluch geht auf jeden Fall weiter. Jaja. Was ist denn hier noch so schönes? Hier ist nochmal Kohle. Und hier ist auch nochmal Eisen. Oh, hier ist auch noch Eisen. Oh, hier wird's fasziniert. Also, hier wird's fasziniert. Ich baut den Gravel, also Kies, baut man ab. Damit Flint, also Feuerstein. Geflopft wird, so wie hier jetzt. Das ist ein bisschen was wie Kohle. Oh, ja. Oh, ich glaub hier geht's noch weiter rein. Ja, du hast schön hier jetzt... Mach mal hier wieder zu hier. Wasser. Was denn? Oh, man kommt so'n Wasserfall hier an. Sorry. Weißt du? Ich suche erst mal meine Kollegen, die ich schon wieder gar nicht mehr sehe. So, ist er abgelehnt. Das war nicht meine Absicht. Wo seid denn hier hingelaufen? Mach ihn mal hell. Hey, hier ist noch ein bisschen Eisen. Nee, ist hier aber auch nicht. Echt? Da ist noch Kohle. Okay, Fade. Wart ihr in so'n kleinen See? Wir sind einfach aus der Schlucht raus und dann... Nee, das ist die Schlucht noch. Ja. Komm mal zurück in die Schlucht, da wo wir angefangen sind. Ich hab keinen Plan, wie ihr seid. Wir sind einfach die Schlucht weiter entlang gegangen. In welche Richtung? Da wo du nicht bist. Hat er wieder eingerissen. Da oben ist auch noch Kohle, aber da hab ich mich keinen Bock hinzubauen. Guck mal, da unten bist du da. Wow, wow. Jetzt bin ich außer den runtergefallen. Ja, da oben, beide. Ich benutze mal kurz den Fahrstuhl. Ja, das ist voll geil. Mit Leerttasse hier hoch. Bist du da? Aber ich glaub hier oben ist nix mehr so schönes. Ich würd jetzt ja Obsidian machen, aber ich hab irgendwie keinen Bock das abzubauen in der Eisenspitze. Du kannst das mit der Eisenspitze glaube ich auch echt nur schwer abbauen. Ich probier's mal aus. Nein, ich glaube du kriegst es dann nicht mit... Ja, du musst es glaube ich mit einem Diamant abbauen. Ja, genau. Du musst es mit Diamant abbauen. Ich probier's mal aus. Du kriegst es dann nicht. Glaub es mir. Mycroft nur probiert lieber aus. Okay. Fuck off, warum muss der jetzt Guerlain kommen? Weißt du vielleicht wer das Tor gemacht hat? Ne. Ich dachte, wenn Lara auf Obsidian trifft, dann kommt da Obsidian. Aber... Also mich würds echt mal interessieren, wie viele damit gerechnet hätten, dass Holland gegen Spanien so hoch gewinnt. Ich würd mal sagen 0,0. Also ich bin... Spanien gewinnt. Ich hab... Ich hab 3.1 gedacht Spanien. Also ganz locker. Hätte ich jetzt so vermutet. Aber... Irgendwie ist es dann komplett anders gekommen. Ich krieg noch nicht warum sieht irgendwie anders aus. Ich bin so hoch dazu. Das... Soll ich dir aber sagen, warum das nicht klappt? Ja. Weil das keine gerade... keine gerade Fläche ist. Achso. Okay. Oh. Nicht in die Lava dran. Nicht in die Lava dran. Nicht in die Lava dran. Also wenn ich hier jetzt gleich runterfalle, dann bin ich tot. Nur so zu hinten vor. Okay. Sagt meinen Eltern, ich hab sie geliebt. Spreng dich. Spreng dich. Spreng. 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 Weil hier ist noch so schön Kohle. Das wollte ich noch haben. Gehen wir jetzt eigentlich in die andere Richtung noch weiter? Ja. Gute Frage, ne? Irgendwie geht's... Boah, hier ist so viel. Hier ist einfach mal so viel Kohle. Ja, Kohle findet man ja immer genug. Man muss nur auf die Suche... Oh, Eisen. Man muss nur auf die Suche gehen. Das ist auch nochmal Kohle. Ich bin auf irgendeinem Berg jetzt drauf. Wir müssen... Equipped haben wir uns schon komplett, ne? Ja, super. Also ihr seid auch voll equipped, oder? Mhm. Ja. Ja. Das sind die P-Ding nicht an. Das ist der Tag auf. Ja. Ja. Nein. 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 Das Problem ist nur... Ich habe gar keine P-Gigs mehr. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Also ich habe jetzt zwei Sticks Kohle. Ich habe ein Stick und einmal 23. Also läuft eigentlich. Wo seid ihr denn seitdem auch in der Schlucht? Ja, ja. Ich bin auch. Oh, hey. Ich habe noch ein bisschen Kohle gefunden. Ja, da ist auch gerade noch ein bisschen Kohle. Ich habe das Gefühl, dass es hier in dem Berg einfach weitergeht. Ja, wo seid ihr jetzt langgegangen? Wir sind über der Schlucht. Also hoch. Wie seid ihr hochgekommen? Ja, außenrum. An der Seite. Oh. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nur Kohle abbauen, ey. Nee, einfach auf die Nüsse, dass hier nur Kohle gibt. Was willst ihr denn abbauen? Diamant? Ja. Na ja. Ja, dann müssen wir weiter rein. Dann müssen wir richtig nach unten bauen. Auf du für 10 oder nicht? Ja, dann müssen wir noch mal auf den Weg. Und dann kommt zum Beispiel ein Schwing. Aber wir müssen jetzt mal in der Weg nach vorne. Ja. Da geht.